Manson So hallo Freunde hier begrüßt euch wieder der Dark Shadow der der alte Freak zockt jetzt hier Slender Manson oder Menschen keine Ahnung wie man das ausspricht Scheiß drauf und ich muss ehrlich sagen ich habe überhaupt keinen Plan wie man hier was zockt Ich weiß nur man kann hier irgendwie wieder was finden etwas rennen und naja das war es auch eigentlich schon Soweit ich weiß muss man hier keine Seiten finden sondern andere Dinge wie zum Beispiel Schlüssel oder sowas Ich weiß es nicht aber ich lass dich mal überraschen und ich guck mal Freunde ich wünsche euch viel Spaß beim Gruseln Ah also hab ich schon fast zwölf Stück Zwölf Ach du Scheiße Ah ich brauch wieder meine Taschenampel Und der Donner macht mir jetzt schon Angst Freunde wirklich Am besten mach ich das Licht hier aus Und ich weiß ja nicht was ich einsammeln muss wahrscheinlich auch das Teil was auf dem Bett liegt So aussieht wie ein Keks Und wenn ihr es genau wissen wollt wir haben mich ja grad hier bei mir Halb eins also zwölf Uhr dreißig Und wow Alter das ist echt schon krank dass du zockt mich verdammter Idiot man Ich glaub ich geh nachher zu meinen Eltern ins Bett schlafen Hehehe Hehehe Keine Scheiße Ein Beutel alter Ein Telefon hab ich aufgehoben ok Und ich kann auch auf der Leertaste Ein Glowstick verlassen Also ein Leuchtstab Ja der leitet mir dann das zurückfinden Also da hol ich schon mal Und Und Damit kann ich auf jeden Fall auch Zeit schänden und sparen Was? Was labert der Mann? Hat der Schüssel aufgehoben oder nicht? Wahrscheinlich noch nicht Ach du Scheiße Freunde ich hoffe Ich hoffe wirklich ich schaff das Ich hoffe wirklich ich schaff das Weil wenn nicht dann ist es schon Hehehe Oh Gott Warte mal hat der mich erschreckt Alter 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 Freunde 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 Ich krieg richtig Panik und Paranola hier Scheiß Fixer Mann Alter der langarmige Bandit war da hier Alter hat der mich erschreckt Was ist denn das ne Pfanne alter Oh nee da ist er bloß noch mal so ne Mucke Oh nee oder Oh nee oder Oh ein Schlüssel Oder Sah aus wie ein Schlüssel Verdammt Verdammt da oben ist ein Hakenkreuz Verdammt da oben ist ein Hakenkreuz Verdammt da oben ist ein Hakenkreuz Alter ist das schon Slender oder ist das schon ein Nazi-Game Hoffentlich kommt der Pfanne nicht so schnell wieder Hoffentlich kommt der Pfanne nicht so schnell wieder Hoffentlich passt der Schlüssel den ich gerade gefunden habe in die Tür unten So komische Gestalten Warte hier macht wirklich schon das Die Mucke schon ziemlich Boah Die Mucke lässt echt die Die Scheiße aus dem Arsch laufen Bisschen krass gesagt aber So in etwa Wurde ich mal sagen Oh Gott dieser langärmige Bastard Oh mein Gott Alter Alter Leute Alter ihr wisst nicht wie ich mich fühle Gott Oh Gott hatte ich gebläht vom Sturte kein Scheiße Alter hab ich Schiss und Gänsehaut Alter Falter Alter Hey Ja Warum ist die Tür auf dich gar nicht sehr lang Jawoll Weißt du zu machen irgendwie? Nein Shit Oh noch eine Schlüssel Oh noch eine Schlüssel Hoffentlich ist das nicht die Schlüssel gefunden Alter Oh noch mit nur 6 Stück Alter nur 6 Stück Ich hab die Hälfte jetzt 50% hab ich schon Oh noch ein Stück Ich krieg das noch gebacken bitte Oh Gott die Scheiße Damte Klaviermusik man 5 Wo 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 Nein oh du Hurensohn Dreckiger Hurensohn man Wichser verpiss dich man Bastard man Das wars Hurensohn Voll dum Dude Ichapa Dreckig All Vielen Dank.